So Pyros 30 Tage bis Silvester 2019 2020 und gleich sind wir im Pyrogarten. 30 Tage Öffnungsschlag. Geil. Superleine an von Leslie. So weiter geht's hier mit diesem leckeren Zeug alles auf einen Haufen und auf Schlag. Lecker lecker. Und die Blitzturme sind anscheinend nicht explodiert. Einer. Einer? Ok. Kommt aber richtig lecker. Da ist noch ein Klappchen. Das ist noch ein knapper Ball. Das ist noch ein knapper Ball. Vorher. Ganz rechts und vorher. Jawoll. Geil. Von den Wüggen, die sind echt schublind. Und der Feuermeister. Nesebär hat es auch im Griff. Herrlich. Golden Star. Alter. Alter. Einen sieht es leider nicht. Und ein paar aufsteine kommen noch. Herrlich. Color Star. Gold Star. Geil. Gold Star. Ah, fliegt schön. Richtig geil. Und es fliegt immer noch. Man sieht es bloß leider nicht. Geil. Ist echt geil. Fürs da. Ein bisschen, es kommt besser. Ja. Ah, schön. Feuer vermisst wir mit. Was ist noch nicht schönes? Koller. Koller. Ah, schön. Und der, wo sich wieder geknischter stört vom Feuer, das interessiert uns wie nicht die Bohne. Klauer Star. Klauer Star. Größeres Kaliber. Genau. Ey, und die Sterne fallen immer noch. Leider sieht man es auf der Kamera nicht so gut. Jetzt haben wir die Orient Star. Ah, schön. Schöne Blinker. Machen wir die Pärbel noch, geht an. Jetzt wollen wir Eignäbel heben. Herrlich. Ein Traum. Es fällt immer noch. Und dann haben wir nochmal die Flower Star. Genau. Und Abschluss von der Rakete macht die Flower Star von Nico. Das ist ein richtig geiles Set. Hätte ich doch öfters kaufen müssen. Lecker. Lecker. So, weiter geht's mit der Zauberbox. Der Ton ist so geil von denen nicht rum. Schön. Lecker. Weiter geht's mit der Saturn-Messels. Lecker. Weiter geht's mit der Saturn-Messels. Golden-Orange-Fontaine. Ich hoffe, dass ich es schön drauf kriege. Ich hoffe, dass ich es schön drauf kriege. Ah, das ist herrlich. Jawoll. Das ist ein Traumartige Pyros. Weiter geht's mit der Golden-Orange-Fontaine. Flammut. Weg mit dem. Ah, schön. Na, wie geht's an der Dunkel in der Stadt? Da wäre die heutigen mal wieder schon aus. Genau das ist der. Weiter geht es mit dem Vesuvulkan. Ein richtig schönes Rundi. Au. Wow, schön. Jawoll. So muss das sein. So, der Abschluss macht's. 30 Tage die Zauberflöte. Das war 30 Tage. Bis Bad Pyros. Mr. Feuerwerker. Hadi.